Wenn ihr uns ein bisschen früher gesagt hättet, dass ihr in der Stadt seid, warum hättet ihr auch noch morgen mit ihm losfahren können? Er hat ja Zeit. Besonders spontan seid ihr ja noch nie gewesen. Wie lange ist er eigentlich schon arbeitslos? Nächste Woche hat er ein Vorstellungsgespräch. Schön. Es muss schwer sein, finanziell. Wie viel kriegt ihr denn vom Amt? Ich will nicht darüber reden. Verstehe. Wir kommen zurecht. Es wird schon wieder besser werden. Entschuldige. Ich werde dich beinahe was vergessen. Wie läuft das mit dem? Geld? Ich werde dich beinahe was vergessen. Ulan warst du olecek. Ne yapıyor lan burada? Bu çanta ne? Mike nerede? Hanı çantayı getirecekti buraya? Apia. Erküc. Erküc. Aurelio. Sada Sarkan. Sarkan. Eurelio. Das war's für heute.